Ich muss aufhören, mein Baby zu sagen, ich weiß nicht, was wir streamen. Mein Baby, ist egal, ist mein Baby. So, dann enden wir doch alle in der Firma. Oh, Baby! Was? Hallo! Hallöchen! Ich hoffe, er hört uns. Hallo! Hallöchen! Hallo! Kannst du nochmal erklären, wieso das hier so verschieden ist mit den Schlangen? Das Ding ist, da hier ist der Grönkling. Ich glaube, es waren so 100-200 Leute, aber die Schlange ist zu und der Rest steht hier, weil die noch irgendwie hoffen, dass es noch irgendwie vielleicht da irgendwie nochmal vorbeigeht, was da ganz sicher tun wird, aber wann weiß man halt nicht. Aber ich glaube, jetzt sind da die, kommen nur noch prozentig dran und die anderen stehen da, weil sie hoffen das. Ja, dahinten steht der Mann. Aber jetzt gehen wir erst mal in die andere Schlange. Der Chat sagt Hallo übrigens. War schön! Sehr schön! Wie lang steht sie schon da? Seit 9 Uhr stehen die da! Ja, bumm! Dann tut die Fußscher aber schon weh. Ja, die warten ins Problem. Da muss halt dann maskieren dann ein bisschen. Sie sind jetzt 7, 6 Uhr da. Boah, da bin ich gerade aufgestanden. Aber je weiter vor wir gehen, umso früher müssten die Leute da gewesen sein. Können wir mal gucken. Ist das ein schöner Mann. Hallöchen. Das ist der Grund. Diese Versicherung können Sie jetzt abschließen. Das ist ja interessant. Wir sind ja ganz spät. Das ist ja geil. Und dann ist man automatisch versichert, wenn man nur diese geringen Beiträge besitzt. Das ist ja interessant. Und dann ist auch Zahnzusatz drin. Zahnzusatz ist optional mit drin. Können Sie natürlich auch. Da haben wir die neue Clark-App. Oh. Da fahren wir kein Flashman. Und kennen Sie NordVPN schon? Andi, jetzt 10 mal. Wie geht's dir? Oh, ja. Oh Mann, du Armer, ey. Bitte krieg keinen Sonnenstich. Nein, mir geht's gut. Noch? Nein, weil ich fühle nichts mehr. Der Körper hat mich schon, glaube ich, vor zwei Tagen gesagt, ich komme nicht mit. Es ist nur noch die Seele. Du hast keine Sonnencreme drauf? Doch, hatte ich vor. Gut, dann gehen wir vor. Ja, dann zeig mal. Putsi, du musst es heute zeigen, weil ich habe es ja noch gar nicht gesehen. Okay, dann gehen wir mal in die Halle 8. Okay. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie gibt. Hallo, ihr Süßen. Hallo, ihr Süßen. Aufsch noten. Ja, gerne. Geh, du bist. Aber jetzt kommt die Zeit rum. Und wieder zurück. Aufschauen. Aufschauen. Von den Beinein. Aufschauen. 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 Kasse, erzähl mal, wie fertig bist du? Meine Füße tun so weh. Wir waren nur kurz in den Hallen. Wir waren nur kurz in den Hallen. Aber das ist süß. Heute kommt das Katastrophe zu. Da humpelt er. Da humpelt er. Da ist aber süß. Ja. Ich muss aufhören, mein Baby zu sagen. Mein Baby. So nennen wir ihn doch alle dafür. Baby. Was? So nennen wir ihn doch alle dafür. Mein Baby. So, jetzt wird man ganz kurz hier ein bisschen emotional. Ich muss nur mal sagen, dass ich diese Community sehr, sehr liebe. Hallöchen. Weil es so vernünftige Menschen sind. Die haben jetzt wirklich so lange gewartet. Und sind auch gar nicht aufdringlich. Und einfach wirklich sehr, sehr lieb. Sehr nett. Sehr erwachsen. Aber wisst ihr, was ich am krassesten finde? Das habe ich heute ein paar Mal gesehen, dass wir halt... Hallo. Das sind tatsächlich Familien, Mutter, Vater, zwei Söhne, Mutter, Vater, Tochter und so. Also es ist so rücksichtsvoll hier alles. Es ist so wholesome und einfach nur rücksichtsvoll. Ja, und ich rede jetzt weiter in die Kamera, damit der Andi nämlich coole Fotos jetzt gerade von mir macht. Oh mein Gott, siehst du das? Was willst du mir erschenken? Das ist ein Fallgeier, Paul. Der ist doch bestimmt teuer gewesen. Der war teuer, sie gibt es ja nicht zu. Bist du sicher? Der war schweineteuer. Der war schweineteuer. Bitte sag, dass der dir... Der ist fertig. Oh, danke schön. Oh, der ist ja voll süß. Ich habe so Hunger, ey. Guck mal her. Hier sind alle süß. Hast du, du hast ja Fallgeier gespielt auch? Ja. Wie macht so ein Fallgeier? Kannst du mal den Soundeffekt von so einem Fallgeier machen? Gott, ey. Park jetzt kommen. Ne, das weiß ich nicht mehr. Wir haben heute, sind wir an der Gapscom vorbeigefahren. Ich habe ein Video gemacht, da waren dann Villager, ne? Ja. Und Erik und ich haben beide so... Hey. Hey, das war so was die Beerkunft, ja. Ja. Ich fühle mich doch so nach. Ey, küsst schon wenig, mich leid. Ich lasse mich nie wieder filmen, ey. Ah. Ja? Klopfst du manchmal auch den Eriks vom Arsch? Ja, immer. Ich mache dich auch, weil du immer. Machst du das auch bei dir? Ne, er ist seltener als ich. Echt? Also, wenn der bei mir die Treppe hochläuft, ne, vor mir ist nicht gut. Hallo? Hallöchen. Ach da, also. Na? Hast du den Streamform mitgeschaut? Nein, ich habe gestreamt, auf einmal haben 200 Leute reingeschrieben, dass ich hier kommen soll. Ja, ja, bei dem hast du auch immer. Hi. Na? 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 Ja, also, du hast Besuch. Putsi! Yeah! Ach, was? Warte, ich bin sofort wieder da, ja. Ich lauf nicht weg. Ich bin nicht angestellt, dass du es runterkriegst. Okay. Hallo. Hallo. Hose auch. Ja, nice. Komm doch mal ran. Oh. Oh, Entschuldigung, Tali, Entschuldigung. Hallo, Putsi. Was ist jetzt der Plan? Ich sehe hier kein Wednesday-Tanz. Und weißt du, was ich geil finde bei solchen Aufnahmen, wenn ich jetzt so machen würde, müsstest du eigentlich nach hinten fliegen. Kannst du das so faken? Okay, drei, zwei, eins. Geht das auch so? Kann ich dich ewig sagen? Oh, Mann! Du Verrückte. Das ist verrückt. Mach das mal mit Erik. Vielleicht fliegt er um. Ja, mal gucken. Nee, klappt da ja nicht. Warte, ich drehe die Beine. Ja, der funktioniert. Soll ich dich? Ich drehe die Beine. Jetzt kenne ich ja. Wie so Vogelmütter, aber. Ja. Was? Oh, Andi, ey. Richtig Vorteil. Danke. Ja. Vielen Dank, Mann. Schön. Du weißt ja, ich bearbeite deine Bilder, ne? Oh, super sieht der aus. Wunderschön, ja. Von oben am besten noch, ja? So. Sehr, sehr schön, ja. Also, hast du einen Plan, was du hier gerade warst? Das ist schon sehr wild und durcheinander, ne? Ja, geht. Ich mache Fotos. Hast du das gerade gerübt? Nein, sowas mache ich nicht. Du hast gerübt, Hans. Nein, das würde ich nie tun. Oh, mein Gott. Sollte ein Furz werden eigentlich, aber. Ist das weitwinkel? Also, ja. Geil. Oh, mein Gott, danke. Also, du bist eben raus, ne? Der ist ja süß. Klusparks im Jahr. Wutzi, jetzt machst du mal ein richtiges Rad. Jetzt rein. Nein, da fliegt eine Furbel. Du machst jetzt ein richtiges Rad. Ich kann doch kein richtiges Rad. Nein. Richtiges Rad, Wutzi. Du machst jetzt ein richtiges Rad. Eher was anderes kommt. Aber kannst du eben was anderes? Breakdansen? Beatboxen? Wann soll ich breakdansen? Ja. Oh, ja, das... Oh, 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 Andi. 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 Ich hab doch gesagt, das ist... Müge wackeln, warte. Oh, was du siehst? Warte, ich kann nicht blinzeln mit deinem Auge. Das kann ich nicht. Okay, das gehen wir jetzt mal gucken. Ja, sag ich, sie soll mit deinem Auge blinzeln. Ja. Warte, machen wir jetzt. Wo ist die? Moment. Wusch. Nui. Nui. Ja. Blinzeln mal mit einem Auge. Mach mal. Nui, mach mal. Nui. Blinzeln. Ja, mach mal. Das war's schon. Noch mal, Nui. Geht's? Anders geht nicht. Ah. Anderes, anderes Auge. Kann ich nicht. Ich kann nicht mal zucken. Das geht nicht. Habt ihr irgendwelche besonderen Talente, die so keiner kann? Oder so ein wenig? Ich kann einen Tropfen machen. Aber das hat man wahrscheinlich nicht. Scheiße, meine Hunde. Leise tropfen. Aber vielleicht haben wir es im Stream gehört. Was ganz gut besonderes? Ich kann mit den Ohren wackeln. Du bist so einer. Oh ja. Ja. Probier mal zu kriegen, das ist mit einer Modelfe. Mit der geht. Mach mal. Ja, und mach mit der anderen. Das sieht aus, als der Schlag am Fall. Hat einer von euch ein Talent, was sonst keiner hat? Irgendetwas? Ganz noch. Also, ich könnte ein niederbayerisches Gedicht aufsagen. Sehr gerne. Ist das denn jugendfrei? Ja, absolut. Okay. Wenn er jetzt ein Pimmel kommt, ich schwör dir. Okay. Also. Zwei Gnedel sind hat zusammengestessen im Wirtshaus nach dem Mittagessen. Zwei Schaubkocht treffen sie im Topf drin in der Wirtshausküche. Doch finden sie an einer keinen Spaß. Sie waren nicht von der gleichen Rasse. Der eine war braun, der andere heller. Vom Kessel kämmen sie auf den Teller. Da landen sie einfach ein Holz im Bredl. Der Semmi und der Lebergnedel. Der Semmi gnädel dreht sich gleich im Kampf, sei freches Mal. Ja, bist jetzt du so Dreckat, wo du bloß Schirr und Leberfleckert? Der andere ganz schwer beleidigt hat sich natürlich auch gleich vertrellt. Du musst reden, dummer Hund. Bist du ja nicht einmal richtig rund schaust, aus wie ein Würze glatzen. Du seht den bläder Blasserbatzen. Nenn mich der Blass. Du Puppen hab ich's ausübst gefrast. Du durchbratener Knottenspeicher. Das treibt den Lebergnedel auf. Drum schreit er gestrückt. Du weckleberst auf. Da sieht er dich freches Maul jetzt schaub. Du selber gestrickter Wasserkopf. Umsonst bist du nicht übergeblieben. Da schaust du aus wie dreimal gespiehen. Und wieder zurückgeschafft zum Vergleich. Du ausranschert der Wasserreich. Wer's ausschastet und für dich wie schmeckt. Ein Semmi-Gnedel. Ja, ein Mielekst. Inzwischen sind zwei Gäste auf dem Ort. Für die, wer die zwei Gnedel braucht. Umsonst war Eifersucht und Zorn. Die zwei sind einfach gefressen worden. Der Jack feiert doch so hart. Ich kann's aber schon bestimmen. Weil das Österreich... Ja, man hat schon bestimmen. Der Jack feiert sehr hart. Ja, klar. Damit hab ich halt jetzt nicht gerichtet. Damit wir mal bei kurzen Nasenflügeln wackeln. Nah dran, nah dran. Hallo. Habt ihr irgendein Talent, was sonst keiner hat? Lustige Stimmen, Nasen wackeln, irgendwas? Wir haben gerade ein bayerisches Gedicht gehört, das sehr schön aufgesagt wurde. Gar nicht? Oh, warte. Oh, mein Gott. Sieht auch richtig krass mit den zwei Händen. Also, die gehen da richtig zusammen. Du hast was. Du überlegst. Ja, ich kann Otto nachmachen. Was kannst du? Otto nachmachen. Otto nachmachen? Oh, wow. Ja, doch. Doch. Das ist ja so meine Zeit, weißt du? Das kenn ich ja noch. Leute, ich muss ein bisschen piekeln, ne? Aber ich schwitz da schon noch aus, ne? So, Leute. Was haben wir da? Da ist die One-Up. Das ist die Lagerloft. Guck mal. Das ist die Lagerloft. Das ist der Erik. Er badet in der Menge. Der macht gleich die Stage-Diving. Der Erik, der wieder mal übrigens gesagt hat, ja? Bla, bla, bla. Nein, nein. Das ist nicht nötig. Und das machen wir nicht. Weil es kommen eh nicht so viele. Ich weiß nicht, ob wir so lange brauchen. Weil der hält sich ja immer für irrelevant, ne? Der hält sich jedes Jahr für irrelevanter. Und es stimmt überhaupt gar nicht. Idiot. Und dann genießt er das natürlich hier, ne? Und seine Hose rutscht. Was ist jetzt los? Oh, cool. Nein. Das ist doch aus einem Anime, oder? Den ich nicht gesehen habe. Ich weiß, was der Erik macht. Der will wirklich jeden noch dran nehmen. Ich weiß nicht, ob der das schafft, ne? Der müsste jetzt sich beeilen, ne? Der müsste sich jetzt nicht beeilen. Aber ob der das dann schaffen würde, ich weiß es nicht, ne? Es ist nur eine halbe Stunde gleich noch. Ich glaube nicht, dass er jeden schafft. Wirklich nicht. Jetzt betestet ich euch seit Bluten, Leute. Nein, Spaß. Oh, wie cool. Was ist los hier? Aber wo kommen die nicht zu alle her? Ein Cospelshooting, oder was? Ja, da vorne. Da vorne. Ja, der Andi muss jetzt noch Cospelshooting machen, ja. Aber der macht das wirklich. Der geht wirklich dahinter, Andi. Sehr schön. Hase. Okay. Also, ich will den Stream beenden. Einmal kurz Abschlusswort haben wir den Stream beenden können. Ja, leck mich am Arsch. Ich habe, glaube ich, eine fette Blase am Fuß. Scheiße. Liebe Grüße, na? Ich hoffe, war schön. Liebe Grüße und Ende. Ciao. Ciao. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.